Dieses Jahr ist im Trachtengeschäft von Wolfgang Zeilinger alles anders. Normal verleiht der Münchner 600 Dirndl und 1000 Lederhosen. Touristen gehen zur Wiesnzeit hier ein und aus. Jetzt ist der Laden erstmal geschlossen. Grundsätzlich ist der Wiesenausfall oder die Absage der Wiesn eine absolute Katastrophe. Sehr, sehr bitter. Aufs Jahr gesehen wird es wahrscheinlich ein Umsatzausfall von 99 Prozent sein. Kunden können jetzt in Zeiten von Corona nur online bestellen. Das Outfit kommt dann per Post. Beim Einpacken hilft ihm sein Team. Zu Wiesnzeiten sind sie bis zu acht Mitarbeiter. Dieses Jahr hilft ihm nur Falk Lörges. Er desinfiziert die Tracht. Der Kundenkontakt fehlt ihm. Eine bedrückende Stimmung. Auch für den Chef findet Lörges. Er geht damit eigentlich ganz gut um, so wie er es zeigt. Aber ich kann mich an die ersten Diskussionen erinnern. Da war ich ganz optimistisch noch. Nein, das wird noch stattfinden, die Wiesn dieses Jahr. Und er war, ich glaube nicht. Also wenn das so weitergeht, wird es nicht sein. Ja, er hat Recht behalten. Leider, ich hätte lieber Recht behalten. Und als der Lockdown kam, meldete sich ein guter Stammkunde aus dem Ausland bei Zeilinger. Mit einer Nachricht. Er schreibt am 21. April. Wie geht's dir? Ich hoffe, alles gut. Wenn du für meine Größe was hast, bitte reservieren. Ich möchte trotzdem bei dir wie jedes Jahr buchen. Wenn du was gekauft hast oder du verkaufen musst, würde ich es abnehmen. Würde dich gerne unterstützen in der Krise und bin für alles bereit. Sag einfach Bescheid. Und das sind so Situationen, Ich bin da am Sofa gesessen abends. Das war um 21.06 Uhr kam die Nachricht. Ich wusste gar nicht, was los ist. Wir sind fast drinnen gekommen. Und das war dann noch ein ganz netter Chatverlauf. Keine Touristen kommen. Leere Umkleiden. Von der Wirtshauswiesn merkt der Verleiher nichts. Ähnlich geht es auch Sarah Tack. Sie designt Dirndl selbst und verkauft ihre Unikate seit 2012. Dieses Jahr merke ich einen Umsatzverlust von 70 Prozent. Also es ist eine ganz klare Zahl, die ich absolut definieren kann. Es war mir vorher bewusst, dadurch, dass man sich jetzt schon darauf einstellen konnte. Aber am Ende des Tages ist es trotzdem so, dass man dasteht und einfach in die leeren Kassen blickt. Die Wiesn-Kollektion 2020 war schon vor Corona so gut wie fertig. Jetzt hängen ihre Schränke voll. Aber kaum Kundschaft. Und viel Emotion gehen verloren, sagt sie. Die Kundinnen fehlen ihr. Weil man es einfach durch die letzten Jahre so kannte, dass hier Drubel war, der Laden war voll, die Leute haben draußen gewartet, Bier wurde ausgeschenkt, Insektchen gab es. Es war irgendwie immer eine super Vorwiesn-Stimmung und es fehlt dieses Jahr komplett. Unter ihrer Kundschaft sind Promis wie Model Rebecca Meer oder Ex-Boxerin Christine Theis. Ein wichtiger Teil fürs Marketing. Ich versuche die Werbefläche durch die Prominenten, die jetzt eben nicht auf der Wiesn sind, versuche ich natürlich auszugleichen. Durch mehr Fotoshootings, durch eigene Instagram-Stories, um einfach noch das Kleid den Damen näher zu bringen. Ihre Art der Werbung für dieses Jahr. Und in die Zukunft blickt die Designerin besorgt. Wenn die Wiesn nicht stattfindet, ist das ein ganz großes Problem für die Trachtenbranche allgemein. Denn ich bin mir nicht sicher, ob die das überstehen wird, wenn zwei Jahre keine Wiesn stattfinden. Auch der Trachtenverleihler blickt ins Ungewisse. Abwarten und optimistisch bleiben, sagt Wolfgang Zeilinger. Die 1000 Lederhosen und 600 Dirndl warten jedenfalls wieder ausgeführt zu werden.